Ganz aktuell, in einer Million Jahren soll es immer noch da sein. Das Endlager. Es ist noch nicht da. Und warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, also es war so, am 15. Februar 1955 hat ein deutscher Physiker doch tatsächlich vorgeschlagen, man solle die hochradioaktiven Abfälle einfach auf den Südpol werfen. Das hätte den großen Vorteil, dass eben die Abwärme dieser Abfälle, man wusste also schon, dass die hochradioaktiven Abfälle Abwärme produzieren, nämlich durch den radioaktiven Zerfall wird ja Energie freigesetzt und die wird in Form von Wärme freigesetzt, dass diese Abwärme dann natürlich dazu führen könnte, das antarktische Eis aufzuschmelzen. Warum nicht? Dann wäre es weg. Der Wahnsinn, dass man einen solchen Vorschlag auch nur erwogen hat, der hat ihm tatsächlich, wurde ihm durch den damaligen Atomminister Siegfried Balke, der den Plan zunächst interessant fand, erst im Jahre 1960 mitgeteilt, dass die Bundesregierung sich nun doch für was anderes entschlossen hat. Fünf Jahre hat man in der deutschen Bundesregierung darüber nachgedacht, ob man die deutschen Atomabfälle, wenn sie denn mal entstehen sollten, da man ja in der Zukunft, nämlich 1960 soll ja ein Atomkraftwerk sein, soll sein Betrieb starten, wenn dann dieses Kraftwerk läuft, dann wohin mit dem Abfall? Hatte man sich damals schon überlegt? Man hat sich wirklich überlegt, wohin soll der Abfall, der bei einem Kernkraftwerk anfällt, wo soll der hin? Man hat sich das überlegt. In Amerika hat man sich das auch überlegt. Man hat sich überlegt, Mensch, jetzt wo wir die Raketen haben, könnten wir die doch ins All schießen. Hat man dann aber auch gelassen, weil schon mal die eine oder andere Rakete, bevor sie überhaupt gestartet ist, explodiert ist. Also es gab Leute, die haben das. Ja, die wollten das, wirklich. Und dann hat man natürlich festgestellt, ja, auf unserem Planeten gibt es ja Meere. Und was im Meer versinkt, ist weg. Und der Druck des Wassers, der wird ja mit der Tiefe immer größer, also alle 10 Meter eine Atmosphäre, Druckmeer. Und wenn man die nur tief genug in die Tiefe wirft, die Fässer mit dem hochradioaktiven Abfall, dann drückt das Meer sozusagen den Abfall für immer und hält es, behält es bei sich. Viele Tausende, um nicht zu sagen Zehntausende von Tonnen hochradioaktiven Materials haben sich so, ja, in den Meeren eingesammelt. Teilweise allerdings nicht ganz so tief, als dass sie nicht doch wieder gefährlich zurückkommen können. Das Ganze hat ja damit begonnen, dass am 17. Dezember 1938 Otto Hahn die Kernspaltung entdeckt. Also die Möglichkeit, große Atomkerne zu spalten. Es wird keine vier Jahre dauern, da wird man die erste kontrollierte Kettenreaktion in Chicago durchführen. Übrigens in der Zwischenzeit, nur wenige Monate bevor die Amerikaner diese kontrollierte Kettenreaktion durchziehen, wird in Leipzig, nämlich im Juni 1942, wird in Leipzig der erste Kernunfall stattfinden. Ein Füllstutzen, angefüllt mit einem Dreivierteltonne Uran, wird in Leipzig für zwei Tage explodieren. Wird also 1000 Grad heiß dieser Stutzen, immer wieder schießt Wasser und Zeug aus diesem Stutzen raus. Warum? Das war die erste unkontrollierte Neutronenreaktion. Also die Freisetzung von großen Mengen von Neutronen, die nicht verbraucht worden sind, man konnte es nicht stoppen. Zwei Tage lang kochte dort ein Kernofen vor sich hin. Das ist das Leipziger Experiment Nummer 4. Das habe ich auch nicht gewusst, erst jetzt, wenige Jahre später, ist die Bombe da. Und wo ist das Endlager? Gibt es irgendwo auf dieser Welt ein Endlager? Wohin mit all den radioaktiven Abfällen, die ja anfallen? Immer wieder. Und da gibt es ja jetzt eine neue Kommission. Und Kommissionen sind ja auch dazu da, zu beruhigen. In dem Fall auch mich zu beruhigen. Und diese Kommission hat jetzt einen neuen Plan gemacht. Die Deutschlandkarte sieht jetzt anders aus. Unsere End- und Zwischenlager, die wir bis jetzt entweder in der Planung gehabt haben oder die wir benutzt haben, die werden nochmal ganz neu untersucht. Bis zum Jahr 2031 wird man ein Endlager gefunden haben. Bis zum Jahr 2050 soll dieses Endlager dann so weit sein, dass man es betreiben kann. Und von dann an werden in Deutschland, in dem noch zu findenden Endlager, das dann auch betriebsbereit ist, 10.500 Tonnen hochradioaktiven Materials gelagert werden. Und die werden dann für eine Million Jahre unter der Erde in Deutschland vor sich hin strahlen dürfen, die Abfälle. Schön. Schön, dass es solche Kommissionen gibt, die einem Sicherheit vermitteln. Die einem sagen, wir haben Flächen in Deutschland, in denen es in Zukunft das Endlager geben kann. Im Tongestein. Die sind flexibel. Gut, die können nicht so viel tragen, aber die sind flexibel. Da können Risse zugemacht werden, wie wir das alle wissen. In Granitgesteinen. Die sind sehr tragfähig. Gut, die können Risse haben, aber sie können viel tragen. Und natürlich im Salzstock, wie zum Beispiel in Gorleben. Gut, Salz kann sich in Wasser auflösen, aber warum denn immer gleich ans Schlimmste denken? Eine Million Jahre ist eine unvorstellbar lange Zeit. Dass man, wie hier auf dieser Karte zu sehen ist, die Farben sind ja eindeutig. Eigentlich gelb sind die Granitstöcke, Salzstöcke sind die blauen und dazwischen ist das Ton. Eigentlich sind alle Bereiche, die hier, alle Bundesländer, die orange sind, da könnte im Prinzip ein Endlager stattfinden. Aber es will natürlich keiner haben. Dass jetzt nach rein wissenschaftlichen Erkenntnissen nach einem Endlager gesucht wird, das gibt ja doch Hoffnung. Dass nach all den Jahrzehnten, wo offenbar nach, ich weiß nicht nach welchen Kriterien nach Endlager gesucht wurde, jetzt endlich mal nach wissenschaftlichen Kriterien gesucht wird, und zwar nach rein wissenschaftlichen Kriterien, das ist ja schon toll. Wenn man sich mal überlegt, woher kommt das eigentlich, dass wir nicht in der Lage sind, Jahrzehnte, viele Jahrzehnte, nachdem wir angefangen haben, die Radioaktivität, also die Kernenergie, die Energie, die in einem Atomkern steckt, zu nutzen. Warum wir es nicht geschafft haben, endlich ein sauberes Endlager zu finden, das könnten auch daran liegen, dass uns die Großen des Feldes der Physik immer wieder gesagt haben, das ist überhaupt kein Problem. Denn man hat ja tatsächlich 1960 angefangen mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland, ohne ein Endlager zu haben. Es gibt ja dieses schöne Bild, ein Flugzeug startet und fliegt eine Weile. Und während des Fluges stellen die Passagiere und auch die Crew fest, sagt mal, wo wollen wir eigentlich landen? Und dann sagt der Käpt'n, die bauen einen Flughafen zum Landen, während wir fliegen. Sicher? So kommt einem das vor, mit dem fehlenden Endlager. Wo soll das alles hin? Wo soll diese Riesenmenge an hochradioaktiven Abfällen hin? Wir haben ja schon eine Reihe von ziemlichen Schwierigkeiten gehabt. Ich will nur jemanden mal zitieren, um vielleicht auch die Naivität zu zeigen, wie man damit umgegangen ist. Also ich sag mal jetzt mal die Zahlen. 10.500 Tonnen hochradioaktives Material werden wir bis 2022 in Deutschland zu lagern haben. Sind wir großzügig? Komm, die 500 Tonnen. Sagen wir 10.000 Tonnen. So, jetzt kommt der Satz. Ich habe mir sagen lassen, dass der gesamte Atommüll, der im Jahr 2000 vorhanden sein wird, in einen Kasten hineinginge, der ein Kubus von 20 Metern Seitenlänge ist. Wenn man das gut versiegelt in ein Bergwerk steckt, wird man hoffen können, dass man das Problem gelöst hat. Karl Friedrich von Weizsäcker, 1965. Das ist die Art von Naivität, die noch im gleichen Jahr dazu geführt hat, das Salzbergwerk Asse zu betreiben. 1965 wurde das Salzbergwerk Asse betrieben. Und für Karl Friedrich von Weizsäcker war es überhaupt kein Problem, das zu entsorgen. Natürlich macht man das da. Dass daraus eine der größten Katastrophen geworden ist, der Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Die Geschichte der Asse, die kann man ja nachlesen. Das wird uns viele Milliarden kosten, denn die Asse ist zwischendurch ja richtig eingebrochen. 1988 hat man nämlich entdeckt, dass in sogenannte Versuchsendlager Asse Salzlauge eingesickert ist. Und was macht Salzlauge mit den Fässern, die da drin sind? Da brauchen wir nicht drüber zu reden, ja, wissen wir alle Bescheid. Das wird uns Milliarden kosten und auch bei der Endlagerung für unsere Atom-, für unsere Kernkraftwerke, das wird Milliarden und Milliarden kosten. Die Frage ist vielmehr, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass wir einen hochgefährlichen Müll ansammeln und wir nicht wissen, wohin damit. Und glauben Sie nicht, dass es auf der Welt irgendwo anders wäre. Die gesamte Welt hat mit der Kernenergie praktisch den Teufel freigelassen und hat keine Ahnung, wie sie wieder einfängt.